Hallo, was geht ihr? Willkommen zu einem wunderschönen Video. Es ist wieder Crew-Zember. Können wir noch mal ganz kurz... Aber wenn das Video herunterkommt, ist doch bei dir noch November, oder? Dann machen wir einfach November. 1, 2, 3. November! November! Super, Leute, das ist November. Absoluter Lieblingsmonat von mir. Mittlerweile... Netterweise heute Dima, Sascha und auch Nico. Hallo. Nico scheint leicht zu uns schwierig. Das ist Nico sein Konzept, vor dem Crew-Zember jeden zu beleidigen. Das geht ja. Nein, 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 nein! Lass dich bitte stehen! Nico! Nico! Nico, hey, hey! Was passiert eigentlich? Absolut belastet. Leute, wir sind heute wieder eine Runde Ekelbrücken. Und haben natürlich hier wieder allerlei nette Getränke. Wir haben einmal Apfelsaft oder Gurkenwasser. Dann haben wir hier auf einmal Essig... Wir spielen auf jeden Fall... Wir spielen heute Sascha und ich gegen Dima und Nico. Nico, wenn du vielleicht kurz herkommen würdest. Ich meine Teamfahrt. Nicht Nico! Ja, komm! Wir beginnen halt wie immer meine Freunde und kippen erst mal ein paar Sachen zusammen. Ich würde sagen, jeder nimmt sich erst mal zu sein Getränk und macht eine nette Basis. Wir haben ja auch einmal Sauerkraut-Saft. Super! Riecht mal hier dran! 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 Der Sauerkraut-Saft! Der stinkt einfach nach Arsch! Riecht wirklich einfach nach Arsch, Alter! Ich denke mal, da geht auf jeden Fall ganz gut ein bisschen Cola drauf! Oh mein Gott! Riecht mal hier drauf! 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 Achso, ja, ja, ich wollte doch sagen, ich spiel mit, aber ich trinke nichts! Doch, doch! Nee! Doch, nee! Doch! Nee! Gurke! Nee! Hallo! Ist das so unnötig dein Verhalten wie der? Boah, was ist das denn? Sauerkraut-Saft-Cola! Boah! Kannst du dir in einem guten Club bestellen? Das ist halt echt so! Hier ein bisschen Essig dazu! Vielleicht nur die eine oder andere Silberzfähle! Ey, jetzt mal ganz kurz! Wir brauchen noch ein paar leckere Getränke, ne? Das kann ja nicht sein! Naja, also, ich weiß jetzt nicht, ob das so legit ist! Essig-Essens zum Beispiel jetzt mit Brause zum Wischen machen, dann machen wir ja toxisch hier irgendwas! Ne, bumm, bloß links! Und du bist halt einfach lecker! Ja, du hast aber das Ding da reingeschmissen! Das stimmt! Ja, also, wir sind auf jeden Fall soweit fertig, Leute! Hallo! Hallo! Hi! Moin Moin! Hey! Hallo! Ufo! Hey! So, also! Niko, bist du bereit für das... Hey, hey, hey! Niko! Niko! Niko, bist du bereit für das unendlich geile Battle gegen... Sascha und Sympathisch und... Hey, Windzeit! Au! Okay! Niko! Niko, komm bitte! Niko hat das Wetter eingeschlossen! Wir machen das erste Mal mit Auftitschen! Den Becher, den ich jetzt treffe, den gebe ich an euch und ihr doch trinken, okay? Okay! Okay, let's go! Niko! Ja, hab mich getroffen an der Stelle! Der ist dann doch reingegangen! Dima! Bedien dich! Ah, das war's lecker! Das nehme ich dann schon! Ja, das ist echt nicht schlimm! Was ist das? Oh, das könnte Fanta mit Afrika! Oh mein Gott! Ey! Yo! Boah, das hat man hier für ein Drecks-Internet, Mann! Was ist das für ein... Kannst du bei uns am Video teilnehmen? Du mit! Geburst! Nein, das kann grad nicht! Mein Amos-Special! Warten, du Afrika! Gut, Dima, dann bist du jetzt dran mit dem Werfen! Okay, komm! Oh! Wer einen Bogen darf, nicht über die Fischkanne, ne? Genau, genau! Okay! Ich lerne jetzt von dem Westen! Nimm den Westen, meine Jungs sind die Echte! Oh! Tja, Dima, an der Stelle dann würde ich sagen, gönnt ihr weiter! Hä, was ist denn das, Junge? Das ist Klamourmode! Ja, riech mal! Was? Wir treff doch jetzt nicht nur den ganzen geilen Scheiß! Das war ein gutes Klamourmode! Das ist einfach nur Cola, wahrscheinlich, oder? Ey, yo! Ich wollte den Afrika oder gar nicht? Ey, das kann doch nicht! Und weißt du was wir in der Strecke mit tragen? Niko! 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 Wahrscheinlich spielt er mit, oder? Er hat's gesagt! Also, Izzy, willst du vielleicht kurz einspringen? Gut, nochmal! Na gut dann, ey, wir brauchen... Dima, die ganze leckere Sachen zu trinken! Ja! Jetzt, Dinger, pass auf! Neue Runde! Einmal gegen die Wand und dann rein, okay? Nee, nee, nee! F***! Moin! Ja, wir begrüßen Spendis! 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 Wir haben Niko kurz gegen den anderen ausgetauscht! Spendis, schön, dass wir da weiter... Spendis noch ganz kurz vor in die Kamera... Super, das reicht doch schon! Dankeschön! Den Nacken gerade nach vorne! Und kurz die Kappe runterziehen! Ohren steif anstellen! Okay, okay! Drei, zwei, drei, drei! Ah! 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 Hallo! Oh mein Gott, Junge! Was ist da los? Ah! 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 Das kann doch nicht sein! Kann man es nicht mal zusammenschieben! Ey! Was?! Ah! Oh! Ich mach den! Ich mach den! Was ist denn drin? Sauerkrause, oder? Äh, Alter, was ist das? Ich fand da mit irgendwas! Ja, Digga, gönn dir rein! Gönn dir rein! Let's go! Ah! Sauerkrause! Motiviert die Gurke noch über! Das ist sogar lecker! Das ist geil! Okay! Boah! Ich möchte mal ganz kurz auf die zwei folgenden Drinks hier aufmerksam machen! Einmal den hier! Weil bei einer sch*** Gurke drin liegt! Und Spendis, den hab ich für dich reserviert! Boah! Das ist das Schlimmste, oder? Das ist, glaub ich, der Schlimmste mit allem! Ey, was ist da drin? Das ist Mayonnaise! Zweimal auch drin, auf der Tischplatte dann rein! Let's go! Zweimal! Oh, Digga, nein! Ey, es kann sein, dass ich auch spontan während des Videos einfach kotzen bin! Boah! Nein! Oh, nein! Ey, Junge, Thomas! Äh! Ach, sorry! Digga, kann doch nicht sein! Oh, Mann! Ja, Digga! Ja, das kann doch nicht sein! War das zwei? Ey, das ist unglaublich! Ich treff nur die ganze geile Kacke! Das ist einfach nur Apfelsaft! Ey, ich hab drei Mal getroffen bis jetzt! Drei Mal! Ich treff Cola mit Apfelsaft! Ich treff Apfelsaft und ich treff Fanta! Äh, ich würd sagen, direkt rein! Direkt rein! Direkt ist eigentlich echt einfach, oder? Ich spür das! Ey! Was? Was war das? Ey, Jungs! Was war das? Ey, Jungs! Jawoll! Jawoll! Was ist das? Was ist das? Boah! Oh mein Gott! Das ist wirklich eklig! Das ist Cola! Nein, Junge, was? Sauerkraut saft Cola! Let's go, Bruder! Ey, da hat sich so ein Schaum gebildet! Guck dir das mal an! Ist das eklig! Nee! Äh! Okay, das ist eklig! Bro, da ist ein... Ah! Ah! Boah! Das Brett in meiner Kuh! Erstmal noch einen Schluck nehmen! Boah! Das Brett! Erstmal noch einen Schluck! Erstmal noch einen Schluck! Ja! Schmee! 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 Vielleicht wird's besser! Das ist nicht besser! Jo! Vielleicht wird's besser! Wahrscheinlich, oder? Woher kommt die Gurke jetzt? Warte, was machen wir jetzt? Okay, jetzt! Dreimal aufs Tisch, oder gleich mal so? Rückwärts! Rückwärts! Boah, kann auch nicht! Rückwärts, girl! Wenn der jetzt direkt trifft... Jo! Das war Thomas! Jetzt bin ich dran! Einfach easy mit der Schulter! Okay! Das ist unmöglich! Boah, Digga! Das war crazy! Es ist gut geworfen! Ich glaub, ich wär mit so, dass der Ball sich spaltet und in zwei Becher geht! Absolut geile Idee! Boah! Boah! Aber schade! Das ist... Oh! Das ist irgendwas mit Fanta! Sauerkraut! Boah! Das ist voll in die Nase! Essig-Fanta! Nein, das ist Essig-Fanta, Digga! Ey, das ist Essig-Fanta-Brauser! Ich glaub, das ist das, was gepötet, oder? Das ist giftig, oder? Meinst du? Ich glaub, das ist wirklich... Das sollte man nicht trinken! Mach nur einen! Es schmeckt! Es schmeckt! Boah! Das... Boah, Digga! Das tut direkt im Magen weh! Ey, das tut aber auch mal mit Bullemann weh! Der Geschmack... Oh! Der Geschmack ist wohl eben die Schmerzen! Alter, okay, okay! Ey, trink das doch aus, oder? Okay, ich würde sagen, wir machen die so stoßmäßig! So! Dann musst du wirklich so reinstoßen, okay? Bitte nicht mal hin! Bitte nicht mal hin! Boah! Ja, Alter! Das geht mal besser! Boah! Was ist das denn? Wir wollten aber die Bächer zerstören, Digga! Geht direkt kaputt los! Entschuldigung! Spendig! Spendig! Spendig, Alter! Spendig, Alter! Boah! Ja, das ist Gurkenwasser! Hm! Das ist aber lecker, ne? Hürft schon auch nüchtern! Das ist so ein Lifehack in Russland, wenn du besoffen bist! Ja, was ich dazu jetzt sagen, es war... Geschmacksalte nicht besoffen? Nein, das war es jetzt nicht! Im Lauf, so halt so! Ja, Digga! Ich hab ne gute Idee, Spendig! Wir machen dabei noch einen Handstand auf dem Longboard! So ein Delfin! Spendig, so ein brennender Meister! Und lass doch fragen, ob wir vielleicht... Genau! Genau! Lass doch fragen, ob wir vielleicht ins Büro weiter oben dürfen und dann durch das Fenster werden! Genau! Ja, mit einer Hochwiltsrutsch, oder? Ja! Okay, sollst du rein? Achtung! Durchs Bein! Durchs Bein! Oh! Oh! Das, Digga! Endlich bin ich auch mal was getroffen! Geil! Nur ein bisschen Gurkenwasser! Es ist nicht nur Gurkenwasser! Genau! Es ist nicht nur Gurkenwasser! Ey, Isi hat sich grad freiwillig dazu! Es geht gar nicht! Mit Gurken-Sicker! Richtig edel! Sascha, brauchst du grad nicht so noch rummachen! Doch, doch! Nein, nein! Peter ist gleich unser Joker! Nein, nein! Ne, da haben wir Sauerkraft mit drin, leider! Doch, die ist so gut die Folge gestellt, oder? Ne! Jetzt schauen wir mal, wir nehmen den Ball zwischen zwei Fingern! So! Wir müssen so rein! Ja, das ist okay! Oh! 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 Ey, warum kann ich nicht? Und Tore gar nicht! Meine Finger sind nicht aus, aber egal, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hey, okay! Okay! Okay, ihr habt schon wieder zu! Du hast nicht! Ich schaute! Aber hast du schon gehört? Ja! Ja, 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 ja! Ich brauche dich mit der Mayonnaise! Ich bin dafür, dass ihr euch das teilt, einfach so! Einer macht seinen Schub, der andere... Sascha! Ey, nein! Ich hab den letzten da genommen! Sascha! Ich hab den da vorgenommen! Ich weiß, mach's gut! Sebastian, wir haben ein gutes Team an der Stelle! Thomas, wenn du magst, du kannst den... Für mich kannst du nicht schneiden! Aber vielleicht für Izzy oder so, oder Stomi, ähm... Gut! Äh, egal! Ähm... Ich rieche aus dem Mund, das ist sehr angenehm! Wie sieht das hier mal aus? Das ist übelseglich! Mhhh... Das ist das Eglichste, was hier ist! Ich sag, ich finde, es ist für nicht was Schlimmste geschmackt! Auf jeden Fall das nicht so ist. Das war das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Ich bin ehrlich. Das war das Schlimmste, was wir jemals in meinem Leben getrunken hatten. Wollt ihr jetzt aufgeben? Ich hab diese Mayo an meinen... Ich spür die halt, oder? Die ist in meinem Gaumen vorbei gezogen und ich... Das war so eklig, man, ich musste kotzen. Das ging nicht. Ihr seid da und ihr macht doch mal aus. Okay. Einmal auftitschen, dann rein. Let's go. Ja, ich bin kein Joe. Boah! 3000 Jahre später. Belastet sein Vater wirklich dieses Spiel, Alter. Sascha. Ich will nicht weiter darüber reden. Ja, hier. Letztes Getränk. Geil. Danke. Revi auch mal wieder eh gekommen. Danke, Dima. Du bist für die Treppe. Du hast Spaß gemacht. Niko. Grandiose Leistung. Danke, Niko. Apfelsaft. Guckenwasser. Schmeck. Kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr mal irgendwann abnehmen wollt, gönnt euch eine Ladung Mayonnaise mit. Apfelessig, Brause und ein bisschen Cola. Das schmeckt auf jeden Fall überhaupt nicht. Danke auch an Dima, an Inscope an der Stelle und natürlich auch an Spendi. Barit, schade, dass du nicht dabei gewesen bist. Gut gemacht, Niko. Aber er saß hier die ganze Zeit unter der Couch. Leute, das war so ein schönes Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Denkt dran, es ist wieder... Es ist wieder November, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. November. Auf Wiedersehen. No, no. Nfunding. Hispan datasets gespannt. Tschüss! Geburtstag, Jay . emergence